Beschluss von 1 Uhr Ist jetzt hinter den Büschen, jetzt auf 12 Relativ weit, der kam nicht über den Hügel drüber Immer noch keine Sicht Gut, dann fahr mal auf 1 Uhr raus aufs Feld Den holen wir uns Die Panzer 4 drücken jetzt den Punkt rein Hatte Halt, da ist er Gut, dann an dem vorbei links und auf die Felder hoch Dann regeln wir die Ostseite ab Feindpanzer kommt auf 10 bis 11 Recht nah, lasst ihn durchkommen Wenn er aus Versehen in uns reinfährt, dann drehen wir die Wanne rein Aber jetzt Motor nicht starten Motor an Motor an um 9 Uhr, der kommt direkt auf uns zu Es sind 5,6 Uhr, ja Firefly, ja Genau, perfekt Oh perfekt, he's destroyed Alles gut, lass den rauskommen Kein Schles, der kann auch nicht schlafen Ja gut, da kann ich nicht Ah, du auch, passt Bisschen weiter links Ja Schön Tschüss Das ist aber Arbeit Gut, dann wieder rechts um Und schauen wir mal, hier im Feld müsste eigentlich allerlei sein Das ist unser Panz Das ist unsere auf 3, der rückt gerade ein Ah, ok So, wie sieht's aus? Westens heiß, Drill ist weg, das ist schlecht Aber da rücken alle gerade wieder rein, das sollte passen Feindpanzer, wieder 9 Uhr Firefly, 8 Uhr Motor an Wanne eindrehen Der wird die Panzer 4 als ersten sehen Wir müssen, sobald du auf 9 gedreht hast, fahr mal vor Richtung ausgebranntem Firefly, von da kriegen wir ihn Turm kann schon mal auf 11 Einfach die Buschreihe runter Und kurz an der Lücke dann halt Ab ihn Nice Ja voll Ist durch, oder? Ist durch Ist durch Gut, an der Scheune vorbei Der Straßen folgen Schön geschossen Ne, jetzt verlegt der 1 Uhr 1 Uhr Ja Vor uns, vor uns 1 Uhr Soll ich das? Kommt gleich raus Kommt gleich raus Der kommt hier aufs Feld Ja, zieh mal aufs Haus Der kommt da vielleicht dran vorbei Rechts Na bitte Ich hab da Oh ist ja nett Geil Gut, dann ab zu Central Haben wir das geregelt Einfach den Graben runter und dann gleich hinter der Brücke rechts um Damit ist dann wahrscheinlich das Spiel Also wenn wir das Central jetzt nicht holen, ist das Spiel wieder weg Deswegen Jetzt muss Performance Daimler direkt voraus 12 Uhr Links des Baumes Rechts vom Baum Jetzt rechts des Baumes Ja, von aufs Feld drauf Schön Nice Okay, perfekt Gute Arbeit Weiter geht's Genau am Daimler vorbei dann Auf diese Hügel Oder fahren wir auf 1 Uhr Auf diesen Hügel Auf diesen Hügel Da ist so ein kleiner Hügel Der ist doch geil Ja, ich muss nach rechts Ich kann nicht über die Brücke fahren Da ist durchfahren verboten Ja Da ist grad ein Motor hochgegangen Bei Central Kann nur Gegner sein Links schießt auf jeden Fall was Hinsamte ein Ja, ich achte drauf Es ist aber weit Bei Vlot Ja, ja Genau 10 Uhr weit Äh Panther wurde abgedraubt Churchill Bank Center Komische Nummer Okay, dann auf die Straße hoch Und dann halt 12 Uhr schießt was? Ja, hier halt Churchill Bank Center Ist hier was auf 11? Ja Zwei sind da auf halb 12 Churchill Treffer oder? Ja, Treffer Abpraller Treffer Aber Abpraller Ein bisschen höher Dann treffen wir den Turm Was kommt vorne rechts? Was kommt vorne rechts? Äh, vorne rechts Panzer 3 Rück nach Abpraller Der schießt auf den Panther Der schießt auf den Panther In Blot Treffer glaube ich mit Durchschlag Treffer mit Durchschlag Der kriegt vom Tiger in den Arsch Einfach weitermachen Zerstört Super Schuss Ja, voll Okay Frontal drauf zu Wir müssen jetzt Central holen Davon hängt das Spiel jetzt ab Abprall